ja lukas los sagt hallöchen komik video den texte kawassel strippe ja hier sind wir oder was soll ich sagen neu neu altes texture pack jetzt mittlerweile drauf bei mir beim mattes bei luke nicht er ist immer noch mit conquest unterwegs ich habe es hat von honeyball das was er kennt aus den let's plays von gronk aber doch mal gucken wie da läuft so los erzähl was hast du heute vor man war schon ja wochen mehr spielt nur erzähl was hast du heute vor ich glaube ich werde ja was werde ich denn bei meinem häuschen war bei unserer farm besser gesagt da zeigt doch warum denkt zweit mal dein haus zeichnung denkt mal ich werde ein bisschen erde noch fahren gehen und die schaltkreise noch anschließen hatte für schaltkreise naja hier für meine automatische für unsere automatische war ich weiß gar nicht ob die so viel redstone haben aber das werden sehen ich würde einfach mal sagen gelegen los und schauen was war haben dann zeich mal was ist denn dein plan für heute ja ich denke mal ich bin ja jetzt hier gerade schon im keller ich denke mal kann ja mal hier rüber winken sehe dich da gerade laufen hallo ja ich denke mal ich werde hier im keller weiter rum hantieren ganz schön dunkel hier was man lämpchen da setzen ein paar ich werde auf jeden fall hier im keller weiter rum hantieren dass der hier naja fertig zumindest besser aussieht und vielleicht schon sogar schon ein paar kisten inne hat die obere etage des kellers wir haben zwei geschäßigen keller ja wir sind cool wir haben zwei geschäßigen keller werde ich auf jeden fall auch noch ausbauen noch mal gucken wie schnell war das hinkriegen so bestimmt der zweite keller ist wieder an die bei elektro für die honeyball leckter man überleitung zum texture pack wie geil aber nee ich habe ja vorhin schon jetzt oder den zweiten keller ja ich hab dich schon verstanden aber du mich nicht gut ist okay ist okay ist okay da siehst du dann wieder stehen so tisch du gibt doch mal den schwanz aus dem mund nehmen wenn er mit mir redet sie können ein so da draußen da draus was hast du in der woche gemacht wurde gespielt hast luke auch kräftig am herum gespielt das übliche das gute also nein wir waren fleißig ackern und war ein bisschen baden jetzt im winter baden ist ja krass ja nur die harten kommen in den garten war ja 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 schon klar naja wegen weil ich bin ja niesen und so nicht man kriegt diesen doch kriegt man niesen ja wenn man dann zu füllen im garten und so kann man nicht nie was war denn das hier ach so das war der qualm ja mensch qualm schon wieder ja und schon wieder voll am rauchen hier voll die ganze bude voll gequatzt hier müffelt und stinkt und stinkt und müffelt durch deine anwesenheit wurde mir von meinem diener hier gerade mal verpflegung gebracht schade dass du das nicht machst müssen wir an oder machen ja ich bin ja auch nicht ein diener das auch mal eine buchstelle schon mal mit dir ja man kann nicht alles aber im leben nicht war bist du schön anbauen gerade nicht wie gesagt ich muss erst mal material fahren denn los nach welchem artik machen sollen die zuschauer dabei zu sehen wenn man drauf steht man guckt ja auch unheimlich gerne den leuten beim farm zu ja ja ich bin überlegen ob man nicht vielleicht eine von unseren episoden mal ein bisschen anders bei youtube hochladen anders und zwar machen war es mal als beispiel episode 21 also 20.1 wäre denn die komplette episode aus meiner sichtweise und natürlich mit unseren beiden ihr quatsch drauf und episode 20.2 wäre denn die komplette episode aus deiner sichtweise aber wir eben mit dem kompletten ihr quatsch von uns beiden mit drauf du liebe scheiße die leute tun wir haben ja auch aber ich hab mir gedacht mensch aufzudenken nicht mal ein bisschen quälen quälen tut doch gut so eine schuppe bräuchten tut doch jedem mal gut die ganzen dinger rein das ist ja mist wir kommen schon jetzt dahin nein nicht noch weiter runter hatte ich mir irgendwo sand hier interessant ich freue mich schon drauf wenn denn hier die kommentare mal ein bisschen mehr werden und dann irgendwer schreibt du hast da kohle übersehen selber einsammeln kommt ja keine außer uns auf den auf die welt hierauf auf dem server das war doch nur so gesagt das glaube ich dir nicht na kannst du mir aber glauben nee das glaube ich dir nicht ach wenn ich doch hier schon mal bin kann ich doch eigentlich gleich die dinger hier anpflanzen und von hier aus abhacken plupp 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 ich hab's mir raus ja noch mal so toll ein paar gleich wieder neue drin da doch doch wie gehandelt wurde ein hund geht nur auf den sack der jault aber zusammen ein glück macht meiner so was du du bist mir noch viel mehr auf den sack stehst du da drauf du sagst keine sache richten jetzt müssen wir mal gucken so was hier am besten wo mache ich da ich finde ja unsere voll professionellen zwischen zwischen worte mal gut so 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 naja so finde ich voll toll du siehst du sag mal wo soll ich denn den hebel hier hin machen mittig oder eher aus naja so ausmütig mit dich oder ausmütig aber ich hab wenigstens eine was mache ich denn hier für ein blödsinn ja wir wollten doch hier drüber hochfenster machen in der ecke warte mal wieder keine ahnung aber warte mal wie habe ich denn da unten hat der zwei ne habe ich auch volle drei in der höhe ach ich muss den zaun hin ah ich hab den zaun da kam ein kleiner hüsterli ein kleines hüsterli hat sorgt oh es wird nacht und ich mache mir in mein hüschen denn ja ich habe eine hose an so den volzern wir der tür ane das machen wir noch nicht noch nicht ganz zumindest denn eurer heulender hund da kann ja wohl nicht wahr sein aber er lieben alte heulsuse da schon wurde so 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 geht es weiter hier und die auch ich hasse das das lassen wir mal noch offen kommen wir schneller raus so 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 Alles so in den Klo. Bis Honda ist in dein Klo. Ich denke mal, das werde ich hier komplett, obwohl, nö. Hier werden wir nochmal wieder wegnehmen. Kommt dann nochmal ein Fenster hin. Ein schickert Fenster. Da können wir eigentlich auch so ein Eckfenster machen hier, war? Nö. Doch, ich mache hier nur so ein Eckfenster. Nö, frag doch nicht erst. Na doch. Nö, frag doch dich nicht. Nö. Ich frag doch unseren einzigsten Zuschauer. Den Schuhauer? Den Schuhauer. So wäre das Zuschauer. Ich wollte jetzt auch zuauer sagen. Ey, hör auf da. Quatsch, Kopf. Quatsche. Quatsch mit Soße. Na, aber. So, da, da. Dann machen wir... Da. Nö. Da. Mir fehlt jetzt irgendwie die Umrandung meiner Blöcke. Das hat sich ein bisschen... Mist. Den machen wir mal bis zu. Wo komme ich da denn nicht vorbei? Ich will mich verkohlen. Ich will mal ein paar Dinger setzen hier. Dort nicht hier, ob es so dunkel ist hier. Im Dunkeln ist gut, Monkey. Okay. Ja, ich weiß, machst du immer. Ja. Du hast immer da und dann spannend hast du rum. Ja. Das ist richtig. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Redstone. Na, dann hol dir mal Rotstein. Ach, jetzt hätte ich es verraten. Ja, ich glaube, da muss ich nochmal vorn. Irgendeine hat sich gedacht, Mensch, Redstone, Redstone, ich kann doch kein Englisch, was heißt. Jetzt hat der blöde, blöde Mattes das auch noch verraten. Verdammt nochmal. Na, du traust dir ja was. So, dann machen wir schon wieder diese Zoo, Alter. Na, so. Ja, dann mag ich am besten doch das ganze Ding einfach mal... Was fackelt denn hier auch so? Einfach mal hier so lang, nicht wahr? Ja, wo? Zack, 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 zack. Du bist ja ein Zackiger. Na, nur. Zabbeli, 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 zapp. Ach, ich habe eine runtergeknallt hier. Vor lauter rumzappen. Zappen, 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 zappen. So. Du bist ja ein Zubli. Die Ecke machen wir uns auch noch etwas. So. Und der... Wirst du mitkommen? Ich möchte mitkommen. Wohin denn? Na, in der Hülle. Oh. In die Hülle. Jo. Kleinen Moment. Ich will vorher... Ich bin schon weg. Alter. Dir geht wohl in den Jut oder was? Alter, ich bin schon weg. Nee, ich will jetzt vorher mal zwei Kisten bauen, die will ich auch schon... Ich bin schon hier hinten. Seh dich doch. Wie siehst du denn aus, Alter? Dreh dich mal um. Das soll... Das... Das guckt dir nachher mal eine Aufnahme an. Alter, Scheider. Naja, aber du bist nur immer so eine hässlichen Dinger. Was heißt denn hier hässlichen Dinger, Alter? Du Fusel. Du Knaller. Du für'n Knallkörper, ey. Na, Knallkörper. So, ich brauch Holz. Nehme ich mal. Was ist denn das hier? Erde. Ist ja gar kein Holz. Na, dann nehme ich die jetzt hier. Ich baue mal schnell eine... Mach der die Dürre hier zu. Ist gut, du Witzbold. Ja, du komm raus. Nee. Lass dich in Ruhe. Moment, ich baue erst Ruhen. Du und mich in Ruhe lassen, Alter. Ein Eimer. Pass auf, doch. Guck der denn da so böse? War das mein Hund? So, ich schaue mir die Dinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da holen wir das hier mit. Machen wir da. Lass uns frei. Machen wir da. Lassen wir in der Stimme. Da machen wir da. Lassen wir uns frei. Ja, dann machen wir das so. So. Und so. Haut man ganz das Zeug hier rein. Und dann können wir losdüsen. Schnuckelchen. Ach so, Spitzhacke muss ich mir noch bauen. Bau mir mal eine Spitzhacke, bitte. Nö, so Spitz bin ich ja nur Honig. Mach mal, danke. Du bist der Doktor Spitz. Hm. Das sieht ja auch heiß aus, Alter. Heiß. Hat wie ein Scheiß. Äh, Hunde mitnehmen oder so? Wir singen hier manchmal, die mir schon immer im Weg gehen. Ja, das war sie hier, wenn wir eh in eine Höhle gehen. In welche Höhle gehen wir einfach? Eigentlich eine neue oder in die Alter? Aus Episode 5, 4, 6, 7, 8, 9? Nicht mehr, oder? Wollen wir uns noch neu schieben? Du war eine neue. Oder wir buddeln einfach mal nach unten. Kommt da hoch. Buddeln wir einfach mal nach unten. Finden wir bestimmt irgendwo eine Höhle. Boah, sieht so toll aus hier. Da drüben? Da drüben? Da drüben? Ja, mach da drüben. Ja, und wir könnten da ja bestimmt auch, wenn wir tiefer in Diamanten finden, weil mit Diamanten können wir uns so eine schöne Diamanten rüste machen. Auch immer diese Nachmacher, ey. Zum Kotzen sowas. Ja, vor allen Dingen hättest du... Bist du dir Kies? Ja. Vor allen Dingen hätt ich sprich den Satz nicht so beenden können, wenn du unter Wasser so geredet hättest, dann wär der schon fertig gewesen. Wieso, ich hab ja noch mehr gesagt. Ja, ja, genau. Außerdem unter Wasser dauert das ja länger. Ja, tauche mal und baue mal Sand unter Wasser ab. Das wirst du sehen, das dauert länger. So zu sprechen unter Wasser auch ein bisschen länger. Ne? Guckuck. Ja, dann bau weiter. Na, mach. Steht dir nicht. Na, ich kann ja nicht bauen, wenn du in meinem Sichtfeld bist. Bin ich da gar nicht. Du Hacke, Schorsch. Alter. Alter, Dacke. Ach, hier ist ja ja nichts. Massiv wird hier Steine haben wir hier. Voll massiv. Ach, hast du deine Tablette neulich schon genommen? Hier ist Eisen. Oh, Eisen, 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 wo? Sein ist. Oh. Äh, nehmen wir Erde. Blub, 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 blub. Und nochmal blub. Ach, die Fackeln werde ich nochmal aufheben, war, zum Höhleausleuchten. Ja. Wenn Laberung von der Nähe ist, ist es immer ganz sinnvoll vorher alles ausleuchten. Hast du einen Eimer bei? Ja, dich. Ach, da ist eine Phallaskamine. Buddel mal auf gleicher Höhe jetzt weiter. Siehst du das? Auf der Minikarte? Entschuldigung. Du, Alter, geh'n danach. Was? Nur hier mal ein bisschen schneller mit deinen Jummisch-Stiefeln. Kohle, 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 Kohle. Boah, hast was zu tun. Mach' ich ja. Mach' ich ja schon längst. Ich dachte, ich guck dir eine Spinne an, Alter. Ja, dick. Boah. Ich glaub' ich Spinne. Ich wollt' schon sagen. Ach, du heilige Kacke. Hier, Eisen. Ja, nun, Moment, Bau ab. Nö, nö, ich bin immer noch in den drei Adern Kohle beschäftigt hier. Naja. Ich setz' hier Fackel, damit du nicht dran vorbeiläuchst, so blind fühlst. Wat? Na ja, so spinnst du mir kaputt. Wo ist denn jetzt der Rest? Hab' ich jetzt schon alles abgebaut hier, ja. Mach' noch ein Klicker weiter. Oh, Eisen. Hier, nochmal Eisen. Oh, was hat man denn hier? Das müsste Smaragd sein. Hab' ich bald übersehen. Jo, Smaragd. Ja, dann Textur im Patch. Nö, äh, nö, 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 das war versteck vom Eisen. Ja, aber manchmal läuft man trotzdem dran vorbei. Besonders so hat man keine Fackel setzt, weil das so teilweise echt 1 und 1 gehalten wurde. Hier nochmal Eisen. Ja, aber sowas beim Conquest. Meine Conquest ist irgendwo schon, äh, eine schöne Textur-Pack. Problem am Conquest ist allerdings, ähm, das kannst du zum, für Survival kannst du das nicht nutzen. Für kreativ auf jeden Fall. Ist schon cool, aber für Survival nicht nutzbar. Nicht so wirklich. Oh, Diamanten. Oder was ist das? Warte, 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 warte. Wo bist du? Wo denn? Direkt freut mir auf dem Boden noch und links in der Wand. Äh, ich glaube, das sind diese Fischchen. Wat? Genau die. Au, ruft er. Mit was denn? Mit der Spitzhacker-Ei. Hat nur ne Schippe. Oh. Und wenn ich aufhau, hau ich dich? Naja, also nein, nun. Meinst du, sind die durchgehend? Na, ich sehe hier nirgendwo mit meinem anderen Textur-Pack hier. Ich sehe ja nichts. Die Steine siehst du nicht. Ganz normal Stein, ja. Ist natürlich auch fies, wa? Also ich bin mit meinem Textur-Pack hier sowas nicht erkenne. Ja, gut, aber... Oh, das ist mal rakt. Na, GZ. Wat heißt denn GZ? Wiss ich nicht. Das ist da unten. Hab ich mal gelesen. So, aber ich müsste doch jetzt in der Höhle schon drin sein. Na, entweder nach oben oder nach unten müssen wir. Ich höre es plätschern. Da pullert einer. Ein mysteriöser Klang. Er schallt. Oh. Oh mein Gott. Warte, dat. Du sitzt auf Lappi drauf. Ja, ja, aber hier ist Lavi. Lavi und Lappi? Lavi und Schlappi. Lavi. Lavi. Yippie. Yippie. Wat warst du denn, du da? Da ist es aber noch, ne? Na klar. Komm mal runter. Nee, die Lave. Was? Komm runter. Hier, Eisen, Eisen. Oh, 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 oh. Das sieht doch gut aus. War ich denn, die Norden, Eisen? Ja, hab ich grad weggebaut. Oh, das war halt schon mit der Höhle. Na ja, und das andere, die Mine, die Verlassene, die ist irgendwo scheinbar über uns. Ja, aber guck mal, hier vorne ist so eine, hier müsste ja irgendwo eine Riesenöle sein. Das ist immer, glaube ich. Da ist es immer ein Lava, wenn ich auf die Minikarte gehe. Ich will aber in die Mine. Na ja, dann können wir doch da lang. So, nochmal hier, da, da, da. Hier, Eisen über Decke. Siehst du das hier, sind das jetzt Diamanten? Komm mal, ja, hier, Fischi. Bist du denn. Hier, Lava, an der Lava vorbei. Siehst du die jetzt? Ja, das sind Diamanten. Die sehen aber, glaube ich, genauso aus wie die anderen. Nicht bei mir. Ja, aber dann ist es ein bisschen verwirrt. Ibi, ersten Diamanten. Na geht's, Alter. Was machst du denn jetzt? Buddelst du einfach durch? Ich wollte eigentlich zur Mine. Dann mach ich doch. Wenn ich mal hier so, dann müsste man gleich in eine Riesenhöhle eigentlich kommen. Ja, eine Höhle, aber nicht die Mine. Ja, die kommt doch, denn da kann man sich doch da wieder hochbuddeln. Uschi. Ah, Sie goreng. Hier ist Cola, ist übersehen. Nee, die hab ich für dich stehen lassen, damit du was zu tun hast. Ich hab... Hier ist Eisen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier wohl schon drin sein müssen. Oh. Redstone. Alter, jetzt nochmal Eisen. Ich hab mal... Ich hab... Ich hab... Man sieht irgendwie auch, hat er nachher... bei YouTube... Okay, so war das schon recht dunkel. In... 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 hülle drinnen der zölle wie viel kohle ist denn hier diamanten zum glück war darüber jetzt kinkies ja ich habe auch gerade eben einfach kopfüber abgehauen hat gedacht war nie so gut aber ist ja zum glück nix passiert was so nur denn das ist ja schick aus hier es ist noch so bilder ich bin mal nicht also so zigtausend wege zur verfügung habe ich immer nicht wo ich am besten anfangen soll hier ist schöne wird der liebsten immer da oben geht es zur mine also ist auch reisen sloppy die liebsten reisen lang in den höhen immer höhe immer gut eis gold ist diamanten was war ich man war 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 alte lava tasche und natürlich redstone wo gold brauche ich habe auch gerade gold du bist ja goldig sich einfach mal so versteckt hinterm redstone und na aber und steu ich hatte es gehabt jetzt du einen quatsch hat ein schiss gehabt in der hose ja so das war noch mehr jolt 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 und ich hätte noch irgendwo gold gesehen wo war denn das oder war das kohle dann war das wohl kohle hier ist schon wieder eisen mit eisen ist weg bist du schon in der mine jetzt nö find hier komischerweise eisen lappi gold immer abwechselnd alles so brauchst du pilze bist du seener der pilze ist so ein abhängiger ja ne ich esse gerne pilze ich rauche sie da oben ist wird kohle und eisen und noch mehr kohle und noch weniger eisen also nehmen wir uns doch einfach mal mit kannst du mir reisen geben so dort 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 rolle bitte mit dir du hast bestimmt gehen einmal mit wasser bei war heute habe ich doch gewusst weil wenn ich den bei hätte ja dann müsste ich dauerhaft aufs klo haltet immer plätschert ja hat sie uns weiter so ein unsinn ok